Mein Name ist Heide Wegert, ich bin Rehabilitationspädagogin und Gesundheitswissenschaftlerin und lebe in Berlin. Für den Deutschen Entwicklungsdienst habe ich sechs Jahre in Mali und Mosambik gearbeitet, als Organisations- und HIV-AIDS-Beraterin. Seit meiner Rückkehr engagiere ich mich im Schulprogramm Berlin. Dieses vermittelt rückkehrende Fachkräfte in Bildungsveranstaltungen rund um die Entwicklungszusammenarbeit. Im Rahmen dieser Tätigkeit bin ich in Schulen unterwegs. Mit Grundschülerinnen arbeite ich vor allem zum Thema Spielkulturen und Spielwelten. Mit Schülerinnen der älteren Jahrgangsstufen steht vor allem das Thema HIV-AIDS im Mittelpunkt. Diese Schüler erfahren etwas über ausgewählte Berufsfelder in der Entwicklungszusammenarbeit, werden motivierend, sich selber zu engagieren und bekommen hoffentlich auch einige Denkanstöße für ihr Handeln und Tun. Die Arbeit macht Spaß, es gibt gutes Feedback und insofern werde ich diese Tätigkeit auch fortführen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.